genauso wie ich und wer anders denkt der hat meiner meinung nach etwas gemeinsam das ist richtig so da kriegen wir seine auf platz aber schaffen aber 100 prozent ist nicht mehr gemeinsam das sind die scheiße unser gerade durch mein gelaber hier komme ich da blödsinn gedrückt da komme ich nicht recht voran ein bisschen mehr konzentrieren leute das wäre nicht verkehrt so ein paar kleine scheiße sind uns durch aber wir werden es überlegen alles roger in kambodscha scheiße nur dass meine lieblings also die spike factory hier verboten das finde ich asozial denn das ist mein lieblings tower und ja das finde ich scheiße denn es ist mein lieblings tower da stehe ich dazu nehme jetzt hier den der soll immer auf dem ersten gehen hallo schießt du auch du bauer ja das sind kann man flax aber wir können es immer noch schaffen wo ich 8 von 9 leute so die kann man flax gehen wieder durch hier so gott die ganzen kann man flaxen durch aber wir schaffen es wir schaffen es wo das war aber schon hardcore wir spielen wie gesagt im hartmodus und wie gesagt was mich ärgert ist mit den kamen flaxen es ist echt böse 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 die kamen flaxen kleine huren aber diese kleinen huren werden wir auch besiegen leute kriegen wir schon hin let's go wave 1 von 9 im hartmodus und 40 dann immer gleich im dritten hier den setzt sich dann hierhin wo es zwei locker zackig flockig geht es an es steht zwar easy da aber wie gesagt wir spielen hartmodus das ist aber so was anderes es ist nicht das kindergartenprogramm das ist was für echte männer her so kommt jetzt ein bisschen schon durch hier was geht eigentlich so und dann werden wir die mal abtreten hier liebe leute von heute wir gehen in die wäsche hier und warte ich auf geld dann kann ich das hier auch abtreten im moment halbwegs gut hin kann ich mir jetzt nicht beklagen zack boom bang der ist abgegradet let's go bloß die kleinen scheiße let's go let's go let's go oh jetzt wird es aber hab ich so hammer wave 6 wir brauchen wieder 270 jahre und dann geht es ab dann werden wir den abtreten als letztes jahr so kann man auch sagen ist ja der letzte von den dreien scheißern hier ne wir müssen das irgendwie überleben let's go wave 7 von 9 ich würde gerne einen 7 nehmen aber ich werde den vorher nur 270 das kriegen wir noch hin das schafft oh 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 da ist ein bisschen was los zack boom bang upgrade kommt schon jungs ihr macht das ihr seid die babos jawohl die babos haben gewonnen wave 8 von 9 es geht weiter locker zack ich frock ich und da kommt ein bisschen los so werden wir es aufhalten wir werden es auf selbstverständlich so der nächste zack boom bang ist er da so immer mehr mankes hier die was den bloß in den arsch oh das ist aber jetzt too much das ist too much jetzt geht was durch ein bisschen was geht durch leider gottes aber geschafft ist geschafft nicht mit bravour aber geschafft ist geschafft was wir jetzt machen können ist dieses ding bomster kaufen ressourcen ich würde gerne dieses feld kaufen wir können ein drittes feld kaufen das würde ich gerne hier hin denn dann kriegen wir geld so das zahle ich jetzt gerne diese 40 dinge da build a third banana farm hammer jawohl locker zackig flockig jetzt hier vorwärts wir nehmen uns das geld hier kriegen wir auch noch kohle jo läuft wir haben 1600 ich schaue mal kann man vielleicht irgendwas upgraden kostet ach so da brauchen wir level 12 ok sniper was ist mit dir 3400 also so viel geld kriege ich nur nicht zusammen mann ich habe ja außer da habe ich einen geld scheiße oder was was ist das da 80 das bringt es auch nicht das brauche ich auch nicht eigentlich scheiße so können wir nichts upgraden das würde ich brauchen so 1800 gut das wird sich sehr wohl ausgehen da braucht man nur ein bisschen kohle hier 1800 probieren wir noch mal monkey vs monkey vielleicht findet man endlich einen gegen looks like a plutonium tanks are not full capacity so wir haben einen gegner gefunden was kann ich da jetzt machen ich kenne mir noch nicht so aus wie viel ich ihm schicke irgendwie 33 das kostet mal einiges ja da muss ich nur zahlen dafür oder was nämlich verarschen das kosten meine silberlinge nehmen wir gleich die besten blooms aber da will ich nicht dafür zahlen leute write a message wir sind freundlich ich schreibe mal hi junge so das kann ich on off und so weiter das kostet alles geld ich drücke mal go do you want to use your blue stones ja muss ich ne anders geht es im moment nicht wir haben noch zu wenig write someone so da kriegen wir noch eine bestätigung your attack has been deployed das heißt ich habe verloren so ne scheiße aber das war schon klar leute das war jetzt nur einfach dass wir es gemacht haben ne wir müssen hier mehr sammeln write 1000 city cash from other players wie soll denn das machen bitte lol die sind ja lustig wie soll denn das machen ey witzig sind die schon leute ne so wir gehen hier weiter ne nicht im hard mode im normal mode ich werde jetzt dieses gebiet hier einnehmen die kommen jetzt hier raus zack boom bang ihr wisst schon wohin ne so machen wir hier das ding hin und let's go non stop zwölf waves und das werden wir schaffen locker zackig und flockig ohne dass ein schwanz das habt ihr nicht gehört durchkommt 70 leben mama und wir werden keins davon verlieren das sage ich jetzt einfach mal an so bis jetzt sieht mein plan ganz gut aus es läuft sag ich mal es läuft es läuft wunderbar let's go übrigens nur mal eine kleine idee ich mache das gerne in den videos ich schalte mal langsam dass es nicht so zackig geht ich mache das gerne in den videos dass ich euch etwas frage und ich sage dann dazu schreibt es mir in den kommentaren und ich habe wieder mal eine frage habt ihr bock auf musik auf eigene musik ich schalte die monkey musik aus hier zack boom bang weg damit und ich könnte euch eigene musik einspielen ich muss aber dazu sagen ey ihr könnt mir jetzt nicht kommen mit scooter und co ja weil das ist der rechte kindergarten von youtube das geht nicht aber ich kann euch gerne rechte freie musik einspielen im hintergrund das ist für mich kein problem mir würde das spaß machen beziehungsweise ich höre die musik ja nicht weil ich spiele sie dann ein im video aber wenn ihr wollt ich mache das für euch sehr gerne müsst ihr halt sagen habt ihr bock auf andere musik als die standard musik von bloons wenn ihr wirklich bock drauf habt also wenn ihr wirklich sagt ja ich möchte das dann schreibt mir in den kommentaren wenn ihr euch aber denkt will ich nicht dann sagt es auch bitte ist kein problem ich ich mache das ja nur für euch dann lasse ich das aber wenn ihr zum beispiel sagt ist mir scheiß egal ob du das machst oder nicht dann schreibt es auch rein ebenfalls denn dann lasse ich es weil es ist nur arbeit für mich ist nur arbeit beim rendern der videos und ich mache das definitiv nur für euch also wenn es euch egal ist oder ihr es nicht wollt bitte sagt mir bescheid dann lasse ich es einfach ist kein problem ich spiele normales bloons weiter und ich habe ja nichts von der musik aber ich würde es wenn ihr das wollt für euch machen dass es vielleicht einen netten hintergrund hat oder wie auch immer ne das müsst ihr dann sagen wie ihr es haben wollt ne das spiel werde ich auf jeden fall weiter spielen und wenn ich null zu sehr habe mir macht spaß und ich werde es weiter machen ne aber ich weiß oder ich vermute dass euch das spiel auch gefällt und wir machen da auf jeden fall locker zackig flockig weiter was habt ihr für scheiß ach so das ist schon die zweite denkt mal was haben die für scheißpreise hier so das werden wir jetzt auch erweitern locker zackig flockig werden wir das erweitern leute so 12.50 vor wie danke wie fest 6 von 12 es läuft da sind ein paar säcke durch das ist nicht gut aber kann ich nichts mehr daran ändern es geht ja auch ums schaffen gut kriegen wir keine blue stones ja mann was soll ich machen leute blue stones sind schon die währung hier aber tja haben wir nicht geschafft man kann nicht alles haben leute man kann nicht alles haben aber den level werden wir schaffen da bin ich davon zurück ich werde es zur sicherheit wegen der stahlblons hier die dinge nehmen denn sicher sicher nicht dass man hier nur in die fresse kriegen von stahlblons das wäre natürlich mies so was können wir noch machen wir nehmen das hier das soll auf dem stärksten gehen wave 9 von 12 noch einiges so zack bum bam der ist schon abgequedet es läuft es läuft es läuft man kann sich nicht oh 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 jetzt wird spannend da kommen hoffen schwarze und nein ich bin kein rassist hahaha der soll als wild gelten Monate heutzutage muss man immer sagen uuuuuarto achtu Satyre Sonsters Schluss wenn man irgendwas sagt wie schwarz oder sonst was aber ok das dynamo lassen wir besser aber ich wollte mal witzig sein da waren halt schwarze blons Na mein Gott was solls dad da darf man das auch mal sagen ohne dass man gleich als Nazi oder Blue Nazi bezeichnet jetzt schau wieder schwarze Ja, ich habe es schon wieder gesagt, ich weiß. Schwarze Blumen und die gehören vernichtet. So schaut es aus. Und die Weißen natürlich genau. Oh, 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 jetzt kriegen wir in die Fresse. Das wird nicht gut gehen hier. Ich muss mal dazu sagen, ich habe hier genug Geld, dass ich hier eigentlich noch so eine Blumen Factory bauen kann. Und wir haben gewonnen. Nice. So Leute, und jetzt versuchen wir es nochmal. Kriege ich jetzt endlich mal ein Match zusammen. Vorher haben wir... So, wir haben wieder eins. So, jetzt, was mache ich hier? Je nachdem, wie viel ich hier einstelle. Boah, ich muss sie vollblechen hier. So, da kann ich zurückstellen. Oder vorstellen. Was bringt mir das? Hm. Wisst ihr was? Ich investiere jetzt. Ich investiere jetzt. Attacke. Yes. Oh, zurückgeschlagen. Wir haben nicht genug. Das ist unser Problem, Leute. Wir haben nicht genug. Brauchen mehr Power. Mehr Power. Aber das werden wir schon hinkriegen. zack, boom, bang. So, Geld haben wir. Jetzt brauchen wir nur mehr Power. Mehr Power. Nicht Bauer. Power. Wir machen den Hard-Mod hier wieder. Wir müssen Land erobern. Wir müssen das jetzt angehen. Wir müssen zack, boom, bang machen. Ja, läuft, Leute. Ich flipp hier gleich aus. Bei Bloons geht's hier ab. Bei Bloons und dein Gladverstich. Keinen Spaß, Leute. Das sind meine Games. Das sind die Games der Games. Da hat man nichts zu diskutieren. Da geht's zack, boom, bang. Ja, und ich denke mal, deswegen schaut ihr auch zu, weil ihr diese Art von Humor mögt. Wenn nicht, dann werdet ihr euch fragen, Alter, hat der einen sitzen gerade? Oder was? Aber wenn ihr mich mögt, dann werdet ihr euren Spaß hier haben. Da könnt ihr euch sicher sein. Und hier ist auch nichts gestellt oder so, sondern hier ist alles echt. Alter, fickt euch Bloons. Ihr wollt hier durch? Davon könnt ihr träumen, ihr kleinen Pissnelken. So, wir nehmen uns jetzt nämlich hier ein schönes Upgrade. Und weiter geht's. Im Hard-Mode übrigens. Im Hard-Mode. Also, ich bin mir sicher, einige Zuseher. Ich schalte mal langsam an. Einige Zuseher werden Bloons Tower Defense 5 spielen. Ob sie es am Handy spielen oder am PC ist jetzt gleichgültig. Ich möchte nur eines sagen. Hier gibt es einen Hard-Mode. Bei Bloons auch. Bei Bloons gibt es sogar Unplatzbar. Und den Master-Remode. Der Hard-Mode hier, den könnt ihr locker vergleichen mit dem Master-Remode. Der ist echt dreckig. Also, nicht, dass ihr denkt, ich bin hier der Schwachuni. Oh, der regt sich auf bei Hard-Mode. Erstens, ich reg mich nicht auf, sondern ich finde es anspruchsvoll. Und zweitens, ich finde es geil. Wir werden den Hard-Mode schaffen. Ich hoffe, es hat's gut. Also, ich werde mich bemühen, Leute. Oh, shit, Frau Schmidt. Jetzt kommt aber was hier. Oh, gerade noch. Gerade noch. So, wir brauchen mehr Power hier. Nimm mal den da. Der hat alles hier im Visier, die gesamte Scheiße hier. So, let's go. Äh, Wave 5 und 8. Kriegen wir locker hin. Der kommt alles hier, wie gesagt, im Visier. Das ist spitzenmäßig der. Nehmen wir auch mehr Upgraden hier. So. Liebe Leute von heute. So, nehmen wir mal das. Zack, boom, bang. Und wir sehen ihn. Wave 8 von. Blödsinn. Wave 6 von 8. Oh, lalala. Oh, das wird jetzt böse ausgehen, Leute. Das wird jetzt böse ausgehen. Scheiße. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020